Hier sind wir jetzt auf der Britannia Club, da ist auch sehr schön eingerichtet, ganz toll eingerichtet und das ist der Britannia Club, da gibt es dann verschiedene Formen, was man da alles machen kann, traumhaft schön. Es gibt 2er Tische, 4er Tische und große Tische, was wir hier bestellen können.